Die Schauspielerin hat gekämpft wie eine Löwin. Ich bin einfach nur traurig, zornig. Ich habe eine wunderbare Freundin verloren, eine wunderbare Kollegin, die sehr witzig war, sehr schlagfertig, die immer gut vorbereitet war, immer den Dex gelernt hat, im Gegensatz zu mir. Ich bin aber sehr froh, dass sie ganz friedlich gestorben ist. Das ist auch das, was sie wirklich verdient hat, weil sie uns allen auch gezeigt hat. Verdrängt. Man wollte das eigentlich gar nicht wahrhaben, bis dann die Nachricht kam, dass sie doch verstorben ist. Ich wäre überhaupt schon froh, wenn ich in Erinnerung bleibe, weil, Gott, man ist so vergänglich. Und wenn es einfach das war, also ich bereite Menschen gerne Freude und bin glaube ich auch sehr empathisch. Und wenn irgendetwas so Nächstenliebendes übrig bliebe von mir, da wäre ich schon froh. Aber auch das ist eben vergänglich. Also spätestens die zweite Generation nach mir wird es dann auch schon nicht mehr wissen. Ja, es wäre schön, wenn ich in irgendeiner guten Weise in Erinnerung bleibe bei meinen Lieben, die dann noch auf der Erde herumschwirren. Als ich heute mit dabei hatte, geht es euch mal drauf. Und bis jetzt wiederholt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.